Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Wacht auf. Es wird Zeit für eine neue Barada-Challenge. Nein, lasst uns raus. Was soll das? Hey Mia, schau mal. Das sind ja verschiedene Schlösser. Eins, zwei, drei, vier, sieben Stück. Au. Was war das denn? Lass mal überprüfen. Denkst du, wir sollen am Seil ziehen? Na los. Frag mich, was da drin ist. Wow, das sind ja Skittels. Ein ganzer Eimer voller Süßigkeiten. Ist ja gut. Mia, zieh allein im Eimer. Lass mal herausfinden, was da drin ist. Oh nein, ich dachte, das wären auch Süßigkeiten. Siehst du lustig aus? Du bist voller Farbe. Ich hab was gefunden. Marie, schau mal. Das ist ein Schlüssel. Ich frag mich, zu welchem Schloss er passt. Aha, zu dem wohl. Ja, das erste Schloss ist offen. Oh, es hat sich schon wieder was verändert. Wir müssen herausfinden, was da drin ist. Schnick, schnack, schnuck. Puh, du darfst anfangen. Na gut, mal sehen. Was ist das? Das sind ja Würmer. Beruhig dich mir. Die werden dich schon nicht auffressen. Du musst nur den Schlüssel rausholen. Oh nein, was soll das? Voll eklig. Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar kein Schlüssel. Ach so, das ist der Code für das zweite Schloss. Siehst du, wir haben's geöffnet. Wir haben's geschafft. Was erwartet uns als nächstes? Schau mal, das ist eine Schachtel, aus der Strohhelme rausgucken. Ich will das nicht trinken. Okay, dann fang ich an. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Du bist dran, Marie. Wow, das ist richtig gut. Ich will mehr davon. Was ist denn? Kannst du vielleicht deiner Freundin ein bisschen was geben? Nein. Das war richtig gut. Aber da war kein Schlüssel drin. Oh nein, das heißt, der Schlüssel ist in meinem Glas? Ich tue das nur, um uns zu befreien. Hm, da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Beeilen wir uns. Wir müssen das dritte Schloss öffnen. Wow, wir sind so ein gutes Team. Hä? Was ist es diesmal? Machst du den Safe auf? Nein. Okay, dann fange ich an. Oh, das ist ja ein Schokomuffin mit Nüssen. Ist das lecker? Hey, Mia. Na gut, jetzt bin ich dran. Wow, was ist das denn für ein Blaster? Ich frage mich, was er bewirkt. Hey, sei bloß vorsichtig damit. Ist ja gut. Hier, kannst du haben. Hä, wie funktioniert das? Hm, wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Öffne den nächsten Safe. Mal sehen. Oh, das ist ein Stück Stück Käse. Mir wird übel davon. Ah, ich weiß, was wir da tun können. Oh wow, ein Regenbogenkuchen. Kuchen. Schau dir das nur an. So ein Stück esse ich gerne. Oh, lecker. Gibst du mir auch was? Natürlich. Hier, kannst du die Hälfte haben. Oh man, wie lecker. What? Aua. Was ist mit dir los? Erstickst du? Ich werde dir helfen. Ah, das ist der Schlüssel, Mia. Yeah, beeilen wir uns. Großartig, wir haben's geschafft. Ah, schon wieder. Schauen wir mal. Bingo. Ine, mene, Mistes. Krabbelt in der Kiste. Na los, Marie, fang an. Oh nein, was ist das denn? Das sind Mäuse, Mia. Ich hab Angst vor Mäusen. Okay, ich muss ausatmen. Ich muss mich beruhigen. Okay, ich hab den Code gefunden. Mal wieder ein Code. Den geben wir ein. Yeah, das war einfacher, als wir gedacht haben. Und weiter. Schon wieder Strohhalme. Yummy. Hoffentlich krieg ich diesmal was Leckeres. Probieren wir mal. Wow, das ist ja Cola. Ich liebe Cola. Yummy. Aber da scheint nichts drin gewesen zu sein. No. Okay, jetzt bin ich dran. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Ich kann das nicht trinken. Moment. Ich glaube, wir brauchen unser Zauberblaster. Jetzt muss da sicher was Leckeres drin sein. Ich glaube an dich. Ein köstlicher Schokomilkshake. Na? Nichts. Aber nur ein Scherz. Hier ist der Schlüssel. Marie, darf ich mal? Natürlich. Und die nächste Aufgabe kommt in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, wow. Du darfst als erstes öffnen. Nein, du bist dran. Okay, was haben wir hier? Ah, was soll das? Jetzt bin ich voll dreckig. Wie siehst du denn aus? Jetzt bist du dran. Na gut. Mal sehen. Nein. Dieses Blau steht dir sogar. Blöde Farbe. Jetzt bist du wieder dran. Hör auf zu lachen. Nee, lass uns abzählen. Gleichstand. Also tun wir es zusammen. Da ist der Schlüssel. Hurra, wir sind wieder frei. Herzlichen Glückwunsch. Das war der letzte Schlüssel. Lass uns sofort gehen. Yeah, wir haben es geschafft. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir unsere Bloopers an. Ups, die Mädels waren hier ein bisschen zu schnell. Und hier hat Mia gar keine Lust, diese Würmer anzufassen. Marie tanzt ein bisschen. Ah, Marie freut sich, dass sie was Leckeres bekommen hat. Und hier will die kleine Maus entkommen. Mh, was für eine nette Dusche. Und diese Cocktails würde ich selber auch nicht probieren. Ja, ja, die Maus macht einem richtig viel Angst. Ach, das war die beste Szene überhaupt. Hier machen wir die Tür auf und von dort wird uns zugewinkt. Ein bisschen tanzen schadet nie. Diese magischen Türen öffnen sich von selbst. Was für eine nette Maus. Die konnte man nur Angst vor ihr haben. Dieser Blaster möchte einfach nicht funktionieren. Und zum Schluss kommt noch der allerbeste Moment. Konfetti. Wir sehen uns bei Barada.